Hallo? Ich komme. Mach doch mal offen. Okay, hier ist anscheinend niemand. Aber welche Tür meint der? Meint er die jetzt hier? Oder die da hinten? Äh, wat? Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich... Baseball! Ich hab's gewusst. Du scheiß Kackvieh. Ich hab's gewusst. Bam, Junge! Hör auf damit, Mann! Du kleiner Stricher! Wo ist er? Wo ist der andere? Wo ist der andere? Da ist doch noch einer, ne? Ich hör ihn, aber ich seh ihn nicht. Der ist schlau. Da kommt er. Aber nicht so schlau wie ich. Haha! Aber ich hab' nicht mehr viel Muni. War's das? Hör! Kommst du denn her, Mann? Hör! Hör! Verdammt! Hör auf! Ups! Ups! Hör auf! Ja! Das war ein Hör auf! Hör auf! Oh, müssen wir wieder von vorne machen jetzt, ne? Oh, die Speicherpunkte sind ein bisschen blöd, glaub ich, gesetzt. Oh, ja. Oh, wie ich das hasse. Okay, das ist das Einzige, was ich wirklich hasse an dem Game. Die Speicherpunkte sind echt nicht gut gesetzt. Du da draußen! Hey da! Such was, um diese Tür aufzustellen. Ja. Der Zugangstunnel führt zur Schneeraubengarage. Ja. Hör uns rein. Halt die Klappe, hier sind welche. Wollte ich unbedingt kennenlernen. Ja, ich weiß. Die kommen ja. Und das Tor ist zu. Natürlich. Nein, hab ich nicht. Monster hab ich gefunden. Wo ist er denn? Na komm. Na komm. Da hinten. Ich seh dich. Und Leben. Danke. Da war Leben. Hat der es aufgenommen? Ich glaub nicht, ne? Wo ist er? Komm her. Ich seh dich. Reloading. Hab ich das ja aufgenommen, was der hatte? Ja. Ich trete drauf. Ich trete drauf. Und Marmelade kommt dann raus. Ich trete drauf. Ich trete drauf. Und Marmelade kommt dann raus. Da ist noch einer, ne? Oder war es das der letzte? Ich glaub, es war der letzte. Was kommt denn jetzt? Irgendwas Großes kommt, glaub ich. Hä? Ach da. Geh weg, lass mich. Du stinkster Maggi. Nein. So, warte mal. Geht das? Anscheinend ja nicht. Hallo. Äh. Bamm. Und Bamm. Und Bamm. Und Bamm. Und. Oh. Und Bamm. Ha. So. Was haben wir denn da alles? Ach so. War das der junge Mann von gerade? Ich glaub, ja. Richard Sitz heißt der. Oh, ist das eine Lebensspritze? Ja. Die nehmen wir direkt. Die hau ich mir direkt in den, in den, in den Hals. Instantly. So. Höh. Dann latsch ich nochmal drauf. Und dann kommt die Marmelade da raus. So. Gut. Munition ist immer gut. Kann man gut gebrauchen. Zwei Schuss haben wir. So. Jetzt die Frage, welche Tür müssen wir noch aufmachen? Ist es die da hinten? Ist die auf? Höh. Lade nach. Huch. Wo ist er hin? Vor der sich nochmal verwandelt. Äh, was? Warte mal, da ist noch ein bisschen Dings. Ich will das mal haben. Hier, das hier will ich haben. Lebt. Lebt er noch? Was macht er da? Er hat quasi die Hand in der Wand. So. Okay. Mal das mal gucken. Äh, wir sind richtig, glaube ich. Zugriff gewährt. Holy shit. Finde ein Weg durch die Tunnel. Tunnel. Boah, sieht schon cool aus, ne? Immer so. Der einzige, der nicht ins Bild passt, ist der unten rechts in der Ecke. Blau, so ein Helm. Atomarer Müll. Aha. Ali, hallo, Alöne. Okay. This way. Ich lade nach. Okay. Hier geht's also nicht lang. Also nicht this way. Sondern eher this way. Was steht da? Mann, der ist ja durchgegangen. Boah, er weiß ja mal, wo er lang muss. Okay. Hä? Da sind sie da. Da sind sie weg. Da sind sie da. Da sind sie weg. Da sind sie da. Da sind sie weg. Da sind sie da. Hören sie weg. Daytime. Nighttime. Daytime. Das ist so dumm. Okay, da scheint's Ding so hinzugehen. Da ist eine Dose. Eine Dose. Die Dose steht auf der Treppe. So, was haben wir hier Schönes? Warte mal. Testweise einfach nur mal. Oh ja, ein Gesundheitsriegel. Hm. Neue automatische Aufnahme von Dr. Caitlin. War das Caitlin? Habe ich das richtig gelesen? Äh, ja. Eine neue Form von Biophagen, die zur spontanen Verbrennung fähig sind. Ursprünglich dachte ich, sie könnte einheimisch sein, aber die Morphologie ist eindeutig menschlich. Das Objekt war mit einem Mark-1-Implantat ausgestattet. Vielleicht etwas, das von Arcus heraufgekommen ist? Was ich weiß ist, dass Cole sich verändert hat. Seit Europa ist nichts mehr, wie es war. Er hat irgendwas vor. Arcus? Arcus? Wissen wir, was Arcus ist? Oder wer? Oder wie? Oder was? Warum? Weshalb? Arcus, der Markus. Arcus. So. Hello. Oh nein. Ich hasse es. Das ist dann bestimmt, wenn da irgendwas sowas sich ranzieht, ne? Irgendwo. Da hinten bestimmt oder so. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie ich das hasse. Irgendwas kommt doch gleich. Das hört sich alles so eklig an. Was zur Hölle ist das? Was zur Hölle ist das? Der Untertitel? Das ist neu. Es ist schon witzig, dass da so eine, in Anführungsstrichen, AAA-Produktion, so einen Fehler unterläuft. Okay. Finde es halt lustig. Es behindert jetzt den Spielfluss ja nicht, muss man ja sagen. Das sind ja lustige Bugs eher. Vor allem, es passt halt überhaupt nicht, wenn er das gesagt hätte, so was im Untertitel stand. Das ist neu. So auch in dieser Tonlage alt so. Wo sind wir denn jetzt hier? Irgendwo in den Tunnel, ne? Aber was ist das hier für eine Anlage? Das muss ja irgendwie mal auch, ja bewohnt nicht, aber ernsthaft? Was ist das denn? Ähm. Okay. Also bewohnt nicht, aber es muss ja... Es muss ja mal benutzt worden sein hier von irgendwelchen Mitarbeitern. Die Musik jetzt. Da fiedeln sie. Die fiedeln und fiedeln und fiedeln. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann fiedeln sie immer noch. Okay, da geht's runter. Hier geht's aber auch lang. Ich würde einmal... Ich würde einmal gucken gehen. Nur mal gucken. Nicht anfassen. Okay. Das war ne Sackgasse. Das war so klar. Einfach, weil wir es können. Und ich auf Nummer sicher bin, dass da nichts mehr rauskleucht. Kreucht und fleucht. Okay. Es gibt kein Zurück mehr. Oder? Oder kann man da hochklettern? Ähm. Was? Was? Wer? Wo? Warum? Weshalb? Ich mach mit. Sehr aufgebracht, der junge Mann. Was ist denn mit dem Fettsack? Komm mal her. Hui. Sehr aufgebracht, der junge Mann. Was ist denn mit dem? Guck mal, da wackelt noch seine Wampe. Da fliegt der Kopf ab. Und der hat nichts von uns. Ist denn sowas möglich? Ach, warte mal. Äh, wie war das nochmal? So, ne? Genau. Uh. 31 Credits. Wow. Nur nicht so viel. Wir könnten ja mit Geld überhäuft werden. So. Ray Tracing ist an. Sieht zumindest so aus. Könnte sein. Weiß ich nicht. Aber das war nicht der Krabbler, wollte ich gerade sagen, ne? Das ist der Krabbler. Das ist doch eine Art Selbstmörder. Der explodiert. Hey, 18. Uh. Ich glaube, wir werden noch Millionäre, wenn wir hier fertig sind. Ich wäre so gerne Millionär. Dann wäre mein Konto niemals leer. Ich wäre so gerne Millionär. Millionenschwer. Aber Geld allein macht nicht glücklich. Was steht hier? Caution Stars. Okay. Gefährliche Treppen. Do not touch. Was denn jetzt? Den spinnt. Ich mach das mal. Und? Das waren jetzt keine gefährlichen Treppen. Noch kein gefährlicher Spinnend. Ich hab's gewusst. Wenn wir die aber mit mir... Äh. Was ist das denn? Äh. Wenn da aber mehrere von kommen, dann ist aber... Achterbahn. 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 Und nochmal 31, oder? Oh, 22. Naja, immerhin. This way. I go to board this way. Äh. Alter. I. Springt mich einfach mal so ein Pümmel. I go to... Es war so klar. I go to board, board, down, down, down this way. La 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 la. Oh, der Gang sieht cool aus. Muss man einfach sagen. Der Gang sieht verdammt geil aus. Das hört sich alles so komisch an. Ernsthaft? Ruhe im Karton. Da kommt noch einer. Wetten? Das war doch sehr einleuchtend. Dass, äh... Das explosive Ding da lag. Wer schreit denn da? Okay. Können wir uns vielleicht drauf einigen, dass die nicht mehr kommen? Ih, diese kleinen Viecher krabbeln ja mit dem mit. Ihhh. Die kleinen Pimmels. Und Gedärmchen. Oh nein. Das wird ja immer besser hier. Ich geh erstmal hier lang. Hör auf damit. Nein. Äh. Gesundheitsriegel. Und wir haben nichts zum Heilen. Der hat mich aber... Okay, wir müssen zusehen, dass die sich nicht verwandeln. Das ist, äh... Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Oh, Gesundheit. Die kann ich jetzt gut gebrauchen. Gerade noch vongesprochen. So. Hier war noch eine Leiter, glaube ich. Ich würde die mal benutzen. Oh, hier geht's da draußen. Hier will ich noch gar nicht hin. Äh, Moment. Nein. Ich will wieder runter. Ich würde gerne wissen, was auf der anderen Seite ist. Auf der anderen Seite? Wir sind noch nie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017